Hallo liebe Modellbahnfreunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Modul- bzw. Segmentbau-Update. Wie ihr seht, es wird farbig und zwar möchte ich ja auch dieses Betongleis verbauen und das altere ich mal ganz leicht. Also rechts ist das normale, links ist mein gealtertes, aber man sieht kaum einen Unterschied. Trotzdem, wenn man es in der Hand hat bzw. vor Augen direkt, man sieht am Ende doch schon einen leichten Unterschied. Es sieht einfach etwas eher nach dreckigem Beton jetzt aus und deswegen habe ich den Schritt gemacht. Ansonsten, ich habe meine Trittschalldämmung, die bei mir quasi als Korkersatz unter dem Gleis dient, als Gleisbeton, mal in eine braune Farbe gebracht hier. Um, ja, später, wenn ich die Gleise angeklebt habe und schottern möchte, natürlich möchte ich nicht diesen hellen Untergrund haben. Weil, wenn das am Ende durchscheint durch das Schotter, sieht wahrscheinlich nicht allzu schön aus. Deswegen habe ich jetzt eine natürliche Erdfarbe quasi angebracht und ich meine, man hätte auch schwarz nehmen können am Ende. Also sieht man es wahrscheinlich nicht so stark durch, aber ich dachte, braun ist am nächsten an der Natur und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich habe jetzt quasi einmal hier die Hauptstrecke zur rechten, die zweigleisige und jetzt im nächsten Schritt hier das kleine Stück, wo die Weiche eingebaut wird, angestrichen. Und weiter geht es jetzt hier mit dem Abzweig, wo es quasi von der Hauptstrecke in eine Art Kehrschleife geht. Es ist keine wirkliche Kehrschleife und ja, der Zug wird dort in den Tunnel abbiegen und dann hinten auf das parallel laufende Schattenbahnhofsgleis unter dem Berg quasi stoßen. Ja, man sieht es, es geht da ein bisschen steil hoch und es ist auch so ein leicht kleiner Knick drin. Ich hoffe mal, das gibt keine Probleme beim Entgleisen oder sonstiges, dass der Zug da auch ohne Probleme rüberkommt. Aber gut, das wird die Praxis dann zeigen. Notfalls muss ich noch ein bisschen nachmodellieren. Ja, weiter geht es jetzt hier auf der rechten Seite wieder vorne zur Uferböschung zum Fluss, also zur Elbe hin. Und zwar habe ich dort ja auch schon vor Längerem diese 2 cm starken Styrodurplatten erst mit einem Messer und dann mit grobem Schleifpapier in Form gebracht. Und quasi vorne die Böschung hin abfallend gemacht, sodass wirklich die Holzplatte ganz vorne an der Kante sichtbar ist. Und dort werde ich dann versuchen, einen Wassereffekt darzustellen. Und ja, man sieht dort auch die leichte Vertiefung, die jetzt gerade von den Büchern verdeckt wird. Das ist der Bach, der dann später in die Elbe reinfließt. Und ja, ich bringe die einzelnen Teile jetzt mal hier immer fest an, damit ich entsprechend darauf aufbauen kann. Und hier jetzt die nächste Schicht, weil es läuft natürlich nach hinten, nach oben zu, weil ich baue ja schließlich ein Tal. Und entsprechend geht es, je weiter man vom Fluss wegkommt, immer den Berg hoch. Und deswegen mache ich das jetzt hier quasi so in Schichten. Vorne eine 2 cm Schicht, jetzt dahinter eine 2 cm Schicht und dahinter dann, man sieht es, deutlich dickere Styrodurstücke. So, jetzt nochmal zur Weiche. Ich hatte in meinem letzten Segment-Update Teil 8 einiges an Löt-Erfahrung gesammelt, hatte allerdings noch kein Lötfett. Jetzt habt ihr gerade gesehen, wie ich hier das Ganze vorher mit Lötfett einschmiere. Habe ich mir jetzt besorgt und es funktioniert schon besser. Der Tipp, vorher das Metall ordentlich zu erhitzen, damit es einfach besser fließt, ist aber auch, ich sag mal, zielführend. Also, das hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht. Man sieht es, es geht doch deutlich schneller, je zu wie ich die Kabel hier rankriege. Aber gut, das sind natürlich auch nur die Kabel. Also, ich habe hier diese Y-Weiche und zwar habe ich die genommen, weil ja in der Kurve quasi der Abzweig erfolgt. Die hat natürlich einen festen Winkel, aber trotzdem ist die noch das, was am besten quasi passt für meine Gleisführung. Ja, die drei Kabel angebracht und jetzt eingepasst. So, hier das Ganze im eingefädelten Zustand auf der Anlage. Hier ist schon der Draht, der von unten durchkommt und dann hier entsprechend das Rote für positiv, hier drüben das Braune und hier hinten das gelbe Kabel, was das Herzstück schaltet am Ende. Und das war es mit diesem kleinen Bauupdate. Was mich aber interessiert ist, gefällt es euch eigentlich besser, wenn ein Video eher so Richtung 5, 6 Minuten geht oder lieber so ein 20-minütiges Video? Entsprechend, wenn es natürlich ein 20-minütiges Video ist, dann ist die Frequenz nicht ganz so häufig. Dann werde ich höchstens zweimal in der Woche was hochladen können. Deswegen lasst es mich gerne in den Kommentaren mal wissen, damit ich das zukünftig berücksichtigen kann und damit noch näher am Zuschauerwunsch liege. Also, ich bin gespannt auf euer Feedback und ja, ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao!